Doppelter Espresso mit mir und diese Folge heute wird kurz, knackig und kontrovers. Wir sprechen über Geld, über den Status des Selfmade Millionärs, der von so vielen, vor allem jungen Menschen, ja unglaublich stark angestrebt wird. Ich will sieben Dinge mit dir teilen, die du akzeptieren solltest, wenn das dein Ziel ist. Und ich beginne direkt mit einem Disclaimer und wichtiger Information. Erstmal vorweg, das hier ist keine Finanzberatung, das hier sind keine Versprechen und keine Claims und es gibt tatsächlich auch nichts zu kaufen, auch wenn diese Folge vielleicht so aufgebaut sein mag. Der einzige Pitch kommt jetzt direkt vorweg, nämlich meine WhatsApp Broadcast. Die habe ich mittlerweile schon seit zwei oder drei Wochen. Ich poste täglich Privates, Gedanken, kleine Lifehacks, auch so Biohacks und so weiter. Das Ganze ist kostenlos unten drunter verlinkt. Und ganz wichtig, wenn ihr reinkommt, man sieht euch nicht, also man sieht die Nummer nicht und so weiter. Dann müsst ihr euch keine Gedanken machen, nur ihr müsst oben auf Einstellung gehen beziehungsweise nochmal so auf die Gruppeninformationen und unbedingt den Schalter bei stumm raus, weil sonst bekommt ihr dementsprechend keine Nachrichten. Und das Zweite ist, dass ich auf TikTok öfters mal Clips von diesem Podcast sehe und ich habe da prinzipiell nichts gegen. Ich selber mache momentan keine Clips oder keine Kurzvideos aus diesen Folgen. Aber wenn ihr das macht, nennt gerne diesen Kanal auch irgendwie Torbenplatzer Clips, TikToks, Torbenplatzer Podcasts oder wie auch immer. Und sollte jemand von euch das so richtig professionell aufziehen wollen, wie gesagt, also Erlaubnis hat erstmal jeder. Wenn jemand das wirklich groß macht, der Kanal hat irgendwie 5000, 10.000 Abonnenten, egal auf welcher Plattform, gerne mich mal anschreiben. Und dann können wir vielleicht ein Deal verhandeln, sodass das sozusagen der offizielle Clip-Kanal wird. So, das vorweg und jetzt gehen wir direkt rein. Faktencheck. Millionäre in Deutschland. Die überwiegende Mehrheit hier in Deutschland hat tatsächlich ihr Vermögen durch eigene Arbeit und Unternehmergeist erworben und nicht geerbt. Das ist nämlich tatsächlich etwas, was viele Leute im Kopf haben. Ja, also Millionär, da muss man ja aus einer bestimmten Familie kommen und das wird einem in die Wiege gelegt. Dem ist hier tatsächlich nicht so. Laut einer Studie des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken im Jahr 2016 haben nur 30 Prozent der 1,5 Millionen Millionäre in Deutschland ihr Vermögen geerbt. 70 Prozent sind Selfmade. Das ist weit über dem Durchschnitt. Weltweit sind nämlich ungefähr nur 55 Prozent Selfmade und 45 Erbe. Fun Fact. Viele Deutsche, warum auch immer, assoziieren mit dem Wort Millionär oft Lotto spielen. Ja, das sieht man auch so ein bisschen an dem Lotto-Millionär Chico. Der ist ja super präsent, auch in den ganzen sozialen Medien, hat 10 Millionen Euro gewonnen. Die bittere Realität, habe ich euch extra mal rausgesucht, ist aber diese. Ja, falls das vielleicht auch irgendwie so ein Gedanke bei euch ist. Es gibt 1700 Lotto-Millionäre in Deutschland. Jede fünfte Person spielt einmal im Jahr. Das finde ich schon echt krass. Zwei von 100 haben eine Glücksspielstörung. Also geht schon Richtung Sucht. Und 2021 hat die ganze Glücksspielindustrie 44 Milliarden Euro gemacht. 44 Milliarden Euro. Letztes Jahr haben Lotto und Toto-Blocks 8 Milliarden alleine rausgeholt. Das heißt, um es mal runterzubrechen, lasst den Scheiß, Leute. Die Chance ist weitaus höher, sich das zu erarbeiten. Anstatt irgendwie über Lotto. Und davon gehen sogar statistisch nochmal 70% wieder pleite. Geschenktes Geld ist nie Geld, was man wirklich wertschätzt. Und jetzt geht es rein in die Punkte. Und Nummer 1 ist, sei brutal ehrlich. Immer zu jeder Zeit auf der kompletten Reise der Selbstständigkeit. Schau, das Ding ist, dass du dir immer die Frage stellen musst, was willst du wirklich und wie hart willst du es? Viele haben ein Bild vor Augen, einen Traum von einem Lifestyle oder die sehen irgendwelche Villen von Schauspielern oder von krassen Profisportlern und so weiter. Das ist völlig in Ordnung, wenn man mal so ein bisschen Tag träumt, wenn man mal so ein bisschen seine Gedanken schweifen lässt und sagt, okay, das muss schon cool sein. Aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Die Frage ist, hast du einen Traum? Dann mach einen Haken dran, völlig in Ordnung, genieß das. Das ist so wie eine Serie gucken, eine Fiktion sozusagen. Oder aber ist es wirklich etwas, was du visualisiert hast? Da werde ich nochmal eine eigene Folge zu machen. Und wo du sagst, das ist tatsächlich mein Ziel. Safe mit Millionär und alles, was sozusagen mit einhergeht. Weil dann, und das ist der große Unterschied, wenn du es visualisierst, kannst du es dir auch für dich vorstellen. Weißt du, wenn du Ronaldo da drin siehst oder Leonardo DiCaprio ist das das eine. Aber wenn du dich da drin siehst, dann ist es halt visualisiert. Dann gibt es bestimmte Techniken und so weiter, ist für den Anfang jetzt gar nicht wichtig. Aber das ist einfach der Unterschied. Außerdem solltest du dir immer überlegen, wo stehe ich gerade? Also was ist meine Situation? Und wo will ich von hier aus hin? Das heißt, wenn du das zum Ziel machst, dann bedeutet das auch immer, dass du es runterbrechen kannst in kleine Steps. In Aktion. Im besten Fall in Jahres, Monats, Wochen, Tagesziele. Und irgendwann den Tag in 90 Minuten Blöcke. Alles andere so von wegen, ja ich will das gerne oder ich würde und ich kann mir vorstellen. Das ist alles Träumerei. Und das ist, wie gesagt, nichts Schlimmes. Aber für diese Folge, habe ich ja gesagt, wird es ganz knackig und du musst einfach zu dir selber sagen, so ein Agreement machen. Hey, ich weiß, in der Vergangenheit oftmals habe ich vielleicht vor anderen Leuten geflunkert oder ich habe mich selber auch belogen. Wer kennt es nicht, man geht irgendwie feiern, trinkt über den Durst und sagt, boah, jetzt diesen Monat kein Alkohol mehr, nächstes Wochenende, same shit. Aber wenn es um die Selbstständigkeit geht, um eine Entscheidung wirklich fürs Leben und du sagst, ja ich will mir was eigenes aufbauen, dann musst du einfach in den Spiegel gucken. Ich sage es ja immer ganz gerne so, nackt vor dem Spiegel. In dem Fall aber tatsächlich real nackt vor dem Spiegel, aber auch im übertragenen Sinne, weil du immer zu dir einfach ehrlich sein musst, wo du stehst, wie ist der Cashflow, was passiert gerade und so weiter. Ich selber habe da für mich so Reality-Check-Routinen, zieh dich aus, mach vor dir selber einfach einen Strip und ich meine, du kannst vor anderen Leuten bisher vielleicht das Gefühl gehabt haben, ja du willst irgendwie ein Face waren und so weiter, aber vor dir selbst, das kann ja nie dazu führen, dass du wirklich eine Veränderung hast, wenn du dir immer irgendwas vormachst. Ja, ist doch alles gar nicht so schlecht, wie ich denke oder aber und dann sind das irgendwelche Konjunktive und wenn ich mich mal ein Wochenende anstrenge, dann habe ich das ja auch zusammen. Nee, schau einfach mal auf ein Blatt Papier, schwarz auf weiß, schreib es hin, wie ist deine Lage, wo stehst du und wohin willst du wirklich und wie hart willst du es. Okay, das ist ein Punkt, sei einfach brutal ehrlich. Und wenn an dieser Stelle du das zum Beispiel machst, ich würde dir jetzt empfehlen, die Folge erst komplett anzuhören, aber vielleicht sagt der eine oder andere, weißt du, ich pausiere jetzt und schreibe das mal auf, so was ich wirklich will. Und da kommt raus, du willst gar nicht diesen ganzen Prozess, du willst eigentlich nur das Resultat, aber du sagst von vornherein so, boah, also wenn ich mir jetzt so anschaue, wie so ein Prozess aussieht, sind wir in den letzten Folgen öfters mal durchgegangen, sage ich dir ehrlich, es ist ein schöner Traum, aber bin ich nicht bereit, den Preis zu zahlen, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Das ist viel besser, als wenn das immer so ein Ding in deinem Kopf bleibt, boah, ich würde aber gerne, so kannst du wenigstens damit abschließen, ist auch gut und einfach move on, weitergehen, was anderes machen. Punkt Nummer zwei, jeder hat eine individuelle Timeline. Ich sehe ständig auf Social Media sowas wie, ja, also mit meinem Kurs, mit meinem Businessmodell schaffst du das in einem Monat oder in 60 Tagen oder in sechs Monaten oder wenn es um so Konzepte wie Network Marketing geht, dann sagt man ganz oft so in drei bis sechs Jahren. Das Ding ist, es ist alles pauschalisiert, verallgemeinert und hat ehrlicherweise kaum Substanz. Das ist nicht irgendwie eine Studie, die da gemacht wurde, von irgendwie, sage ich mal, einer Menge, wo man dann wirklich ein qualitatives Ergebnis rausbekommt, sondern das ist einfach so ein, es ist mehr oder weniger ein Claim. So, ja, im nächsten Monat kannst du das schon. Oder wenn du das jetzt kaufst, dann hast du das nächsten Monat oder in den nächsten zwei Monaten schon wieder raus. Vergiss das mal alles. Genauso was wie, ja, Official Rich Team, der ist 21 und so erfolgreich. Ich sitze jetzt hier, ich bin 25 und denke mir, boah, ich stehe noch ganz am Anfang. So what? Es spielt keine Rolle. Jeder hat seine eigene Timeline. Du kannst es hier schauen und du bist 40, du bist 45, du bist 65. Doesn't matter. Jeder hat seine eigene Timeline. Ich komme aus einer Zeit, ja, ich bin mit Internet 56K-Modem groß geworden. Klar habe ich manchmal so diesen Gedanken von, stell dir vor, du wärst zehn Jahre später geboren. So, du hättest diese ganze YouTube-Zeit mitgenommen. Du hättest damals Computer gespielt und hättest dafür schon echt viel Geld verdient. Aber bei mir fing das gerade so an mit den ersten Verträgen für ein paar hundert Euro. Jahre später ging es dann auf einmal um Preisgelder von zehn Millionen. Und dann habe ich das aber ganz schnell wieder weg, weil mich eben diese Reality-Check-Routine einholt und ich mir denke, ich kann doch eh nichts daran ändern. Was wäre, wenn ich damals in Bitcoin investiert hätte? Was bringen diese Luftschlösser? Deshalb, jeder hat seine Timeline. Du hörst jetzt gerade diese Folge, du siehst diese Folge bei Spotify oder bei YouTube. Würde mich übrigens sehr freuen, wenn ihr es bei Spotify euch anschaut oder anhört. Gerne eine Rezension schreiben, das wäre richtig cool. Oder auch bei YouTube ein Kommentar. Aber es ist egal. Das digitale Zeitalter hat diese ganzen Grenzen, wenn ihr mich fragt, sowieso sehr verschwimmen lassen. Früher hat man gesagt, ja, also mit 25 ist man zu alt für das und das und so weiter. Aber es gibt Menschen, die gehen auf Social Media und die sind 45 oder wie gesagt 65, fangen ein Account an, der Account funktioniert. Es gibt diesen einen, der, sag ich mal, ein Opa, der so Fashion präsentiert. Ist komplett durch die Decke gegangen. Wird, glaube ich, mittlerweile von großen Marken für Kampagnen gebucht und so weiter. Weil du eben die Möglichkeit durch beispielsweise ein Handy hast, dir etwas aufzubauen. So, das war in Anführungszeichen früher ja alles ganz anders. Und wenn ihr mich jetzt einfach nehmt, ich habe mich erst mit 27 richtig selbstständig gemacht. Viele Leute, die das hier gerade hören, sind wahrscheinlich noch viel jünger. So, da war ich mitten in meinem Studium, was ich durchgezogen habe. Und erst danach kam bei mir so dieser Umschwung, dass ich von diesen ganzen Dingen, die ich vorher getestet habe, dann gesagt habe, okay, weißt du was? Ich habe mein Studium in der Tasche, aber ich entscheide mich jetzt trotzdem für einen anderen Weg. Also, es macht keinen Sinn, auf irgendwas zu spekulieren oder ich teste es mal für einen Monat oder so. Es wird nichts passieren. Wenn du dich wirklich selbstständig machen willst, wenn du dieses Safe-Millionär aus der eigenen Idee heraus dir in den Kopf gesetzt hast und bei eins rauskommt, dass du es wirklich willst, dann spielt es keine Rolle. Und du musst auch wissen, wenn du es jetzt vergleichst, vielleicht hast du mal eine Hausarbeit geschrieben oder eine Bachelor oder eine Masterarbeit. Guck mal, bisher, wenn du noch nicht selbstständig warst, hast du nur vorgegebene Punkte mit Linien verbunden. Und du warst in einem schlüsselfertigen System. An der Uni sagt dir jemand, ja, wenn du deine Bachelorarbeit schreibst, das müssen mindestens 20 Seiten und so und so viele Wörter sein. Das ist ein System. Du hast dich hingesetzt und hast Punkte verbunden. Okay, wach auf. Hier ist es so, komme ich gleich noch bei einem anderen Punkt, dass wenn du nichts zu Papier bringst, wenn du nichts schaffst, wenn du kein Resultat hast, dann kriegst du nichts dafür. Ja, ein Arbeitsvertrag ist, oder so kann man es am besten erklären, wenn du angestellt bist. Und wie gesagt, kein angestelltes Bashing oder so, diese Folge ist nur für die Safe-Mail-Millionär, weil ich hatte das selber im Kopf früher. Wenn du angestellt bist, unterschreibst du den Vertrag und deine Unterschrift sagt, du arbeitest 20 Stunden die Woche, du hast 28 Tage Urlaub, du arbeitest von Montag bis Freitag, du machst die und die Aufgaben. Das heißt aber auch, wenn dein Tag um 8 Uhr beginnt und du gehst ins Office und ziehst deine Karte durch, dann fließt das Geld in dem Moment. Und dann kriegst du eine Aufgabe, für die du im besten Fall gewappnet bist und weißt, wie man sie löst. Dann löst du die Aufgabe und wenn du nicht gerade irgendwie goldene Löffel klaust oder absoluten Bockmist machst, dann kriegst du immer am ersten dein Gehalt. Das ist hier nicht so. Ein eigener Chef zu sein bedeutet, du zahlst dich. Du kannst nur zahlen, wenn du was geleistet hast, wofür andere etwas bezahlt haben. Also das kommt zu leer. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Aber jeder hat seine Timeline und das ist nichts Temporäres, sondern es ist eine Entscheidung. Punkt 3. Deine Idee ist nichts wert und zwar wirklich gar nichts. Null Euro. Ich bekomme manchmal Nachrichten bei LinkedIn zum Beispiel oder auch bei Insta. Da sagt jemand, Torben, ich weiß, du hast doch Kontakt zu Saigin Jalzin oder zu Jörg Kinzel. Ich habe da eine coole Idee. Kannst du mir mal den Kontakt herstellen? Nein. Weil eine Idee an sich haben viele Menschen. Glaubst du, dass Steve Jobs der Erste war, der die Idee für ein Apple-Produkt hatte? Oder für eine bestimmte Technologie oder so? Für eine bestimmte Verpackung? Glaubst du, Elon Musk war der Erste, der an elektrische Autos gedacht hat? Nein. Es gibt viele Menschen, die zu Hause wahrscheinlich Jahre, Jahrzehnte früher saßen und so dachten, boah, das wäre schon cool. Aber sie haben es eben nicht umgesetzt. Es gibt keinen Friedhof, der größer ist auf der ganzen Welt wie der von Ideen, die einfach nie umgesetzt wurden. Weil irgendwer zu Hause sitzt und sagt, das wäre schon cool. Aber zwischen, es wäre schon cool und da denkt man ja an das Ergebnis und ich setze mich hin, mache einen Businessplan und breche das runter in Action-Steps und Prozess, ist eben 99,9% Unterschied. Das heißt, und das ist wie gesagt die große Umstellung, wenn du zur Arbeit gehst, dann sagt dir jemand ganz genau, das machst du und dafür bekommst du das. Und hier ist es halt anders. Du bekommst nur, wenn deine Leistung Mehrwert hat und jemand bereit ist, dafür Preis X zu zahlen. Nicht Stunden. Sprich, hast du eine Idee? Cool. Kann der Anfang sein. Aber jetzt geht es darum, diese Idee wirklich umzusetzen. Nummer 4. Vergiss den schnellen Reward. Im Englischen sagt man Instant Gratification. Das ist die schnelle Befriedigung. Ich mache ein Beispiel, was jeder kennt. Du postest bei Instagram ein Bild oder ein Reel und du wartest, bis jemand liked, kommentiert. Stell dir vor, du postest ein Bild vom Urlaub oder am besten noch so, hey, heute habe ich Geburtstag. So, du wartest, damit jemand sagt, happy B-Day oder wow, cooles Bild aus dem Urlaub. Mann, bist du braun geworden. Boah, du bist echt in shape. Das ist Instant Gratification. Sofort Reward, sofortige Befriedigung. Das ist auch wie einen Job zu haben. Jetzt beim Oktoberfest in München, habe ich bei TikTok gesehen, kann man anscheinend echt gut Kohle machen. Gehst hin. Da haben die so ihre Videos gefilmt, haben wahrscheinlich darüber nochmal verdient. Und dann, also will ich gar nicht unterreden, ist sicherlich harte Arbeit. Aber du gehst hin und du wirst da genommen und du bist die 18 Tage oder wie lange das geht dort und bedienst die Leute. Kriegst halt Trinkgeld. Gehst abends nach Hause und sagst, boah, heute war dicke Ausbeute. So, das ist sofort da. Aber sich selbstständig zu machen, was Großes aufzubauen, ist immer ein Front-Loaded-Business-Modell. Sprich, am Anfang arbeitest du sehr, sehr viel ohne Reward, um später irgendwann fast gar nicht mehr für vier Rewards zu arbeiten. Das ist das System. Das ist für mich so Step 1 von diesem Punkt. Step 2 ist, sobald du die ersten Erfolge hast, bleib, solange du kannst, klein. Bleib, solange du kannst, klein. Verzichte auf diesen sofortigen Reward. Leute haben einen 5000 Euro Scheck, kaufen sich eine Rolex. Warum kaufen die sich wirklich die Rolex? Weil sie von Leuten hören wollen, wow, du hast dir eine Rolli gegönnt. Boah, du bist der Erste, der bei uns im Freundeskreis eine Rolex hat. Weil Männer vor Frauen damit punkten wollen oder whatever. Bleib, solange du kannst, klein. Ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt. Studentenbutze gewohnt. Dort meine erste Million verdient, wenn du es so nimmst. Herr Finanzamt hat bei mir geklopft. Ich glaube, ich habe in der Folge das erstmal erzählt. Hat sich bei mir, ich hatte nicht mal eine Couch oder so, hat sich aufs Bett gesetzt und hat gesagt, Herr Platzer. Und also nicht so, dass ich das nicht angemeldet hätte oder so. Ich habe ganz normal meine Steuern gezahlt. Aber im Finanzamt saß und hat gesagt, Herr Platzer, warum zahlt Ihnen diese Firma aus den USA so viel Geld? Ja, also ich mache hier Social Media und Social Selling und die alle nur so ein riesiges Fragezeichen. Aber ich wohnte in dieser mit Ikea-Möbeln, vielleicht habe ich sogar noch ein paar Bilder, dann blende ich die euch ein, voll bepackten Studentenbutze. Punkt. Und ich habe teilweise im Vertrieb in meinem besten Monat, was weiß ich, mal 70.000, 80.000 Euro verdient. Und der Punkt ist halt zweierlei. Einmal, wenn du das Geld sofort ausgibst, hast du halt die Gefahr, dass dein Check vielleicht mal nicht so gut ist oder es nicht so gut läuft und du hast einfach kein Geld mehr. Und der andere Punkt ist, wenn du halt sofort diesen Reward bekommst, sag ich mal, dann ist es für dich oder du gewöhnst dich daran, dass du dich immer belohnst. So, wenn du deine erste Uhr dir kaufst mit 5K oder 10K, was machst du dann bei 100? Muss dann direkt die nächste her? Weil dieses Geld brauchst du ja eigentlich, um dein Unternehmen groß zu machen. Und das andere ist, dass wenn die Gesellschaft sozusagen diese Reward sieht, da kenne ich viele Leute, die da nicht mehr rauskamen. Ich werde das nicht vergessen, ein Vertriebler, Kollege von mir, den ich auch nicht so gerne mochte, so ein bisschen so ein Protz-Typ, sag ich mal, immer irgendwie so Anzug und so ein geleckter Dude halt. Und der hat sich ein Auto geholt, Mercedes, hat sich eine Watch geholt, eine schöne Luxusuhr und ja, immer das teuerste Essen, jeden Abend Lachs, Filet, drei Gänge, Frauen ausgeführt. Und wir hatten so Teamcalls und mir ist aufgefallen, dass er die immer im Auto gemacht hat. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass er die im Auto gemacht hat, aber irgendwie auch immer die gleichen Klamotten trägt. Und dann waren wir Essen und er hat sich wieder das teuerste bestellt. Aber immer wenn die Rechnung kam, musste er kurz raus telefonieren. Kannst du kurz übernehmen? Ich mach das gleich. Naja, Ende vom Lied. Der hatte einmal einen guten Check, hat sich alles gekauft und dann blieben die Checks aus. Aber dadurch, dass er in seinem Umfeld war, junge Frauen, die er beeindrucken wollte, hat er versucht, solange es geht, das aufrechtzuerhalten. Und indem er dann immer die gleichen Sachen getragen hat, indem er irgendwann zu Hause sogar rausgeflogen ist. Also der hat bei seiner Mar gewohnt, deshalb auch immer aus dem Auto heraus. Ja, ganz bittere Nummer. Und ein anderer Kollege von mir wollte ihm irgendwann mal Geld leihen, weil er gefragt hatte. Und dann kam der so zu mir, hat gesagt, boah, Bro, meinst du, ich soll dem echt Geld leihen? Und ich bin gar kein Fan davon, weil es hat immer nur Probleme gemacht. Aber er hat es trotzdem getan. Und der andere Dude, also der da broke war schon, der hat halt nie Danke gesagt. So, und dann kam der Bro wieder zu mir und sagt, ey, das kann doch nicht sein, dass er nicht Danke sagt. Ich habe dem 15.000 Euro überwiesen. Und dann sage ich, ja, du frag halt mal nach. Und dann schreibt er den. Na, der schickt mir die SMS, also der schickt mir den Verlauf weiter. Und er sagt, auf welches Konto hast du es denn überwiesen? Ja, auf das und das. Ach so, ja, das ist so überzogen. Und dann, das sehe ich schon gar nicht mehr. Ja, und das ist halt, wenn man zu schnell den Reward will für sich, aber vor allen Dingen auch für das Umfeld, was einem so das Gefühl gibt, man kann jetzt nicht mehr zurück. Sondern man kann jetzt nicht mehr downgraden, weil sich alle daran gewöhnt haben. Und man liebt das halt, dieses, hey, du hast es geschafft, du bist es jetzt und so weiter. Glaub mir, bleib so lange, wie du kannst, klein. Erzähl so wenig Leuten wie möglich. Und mach es auf gar keinen Fall für den Status. Mach es auf gar keinen Fall für den Status. Ich kenne Leute, die geben Geld aus für Amex-Tags an Reisetaschen. Also die haben keine Amex Black, Zenturion, sondern die kaufen sich das Tag für die Reisebag. Oder eine Louis-Box ohne Inhalt. Don't do that. Mach das nicht. Mach das nicht. Wär zum Prozessliebhaber und versuch nicht, self-made zu werden für andere Menschen. Keine gute Idee. Punkt Nummer 5 und das wird jetzt der kontroverseste. Das Konzept Work-Life-Balance und das Konzept Wochenende. Streicht das. Verschiedene Gründe. Erstens, gerade schon gesagt, du tauscht nicht Zeit gegen Geld. Es ist nicht in deinem Vertrag. Okay? Okay, der Ursprung beispielsweise von Wochenende ist einmal politischer Natur. Kann jeder mal nachschauen. Und natürlich auch irgendwo beispielsweise christlicher. Am siebten Tag erschuf Gott die Welt und so weiter. Ich bin nicht religiös. Ich bin da raus. Das heißt, ich gehe auch nicht in die Kirche. Für mich ist Sonntag der Tag, wo ich am meisten mache. Weil ich bin der Sender auf Social Media. Und viele von euch sind Empfänger oder vielleicht sogar auch Sender. Aber wenn viele empfangen wollen, aka auf der Couch liegen und gucken, dann muss eben auch einer vorne spielen. Und das bin ja ich. Oder ihr jetzt bald. Oder vielleicht seid ihr jetzt auch schon. Und für mich aber der größte Grund oder der stärkste ist folgende. Work-Life-Balance heißt ja, ich separiere Work und Life. Das ist eine Vorstellung, die ich nicht haben will. Ich will doch morgens aufstehen und leben. Egal, ob ich hier am Schreibtisch bin, ob ich ein Video filme, ob ich jetzt gerade hier den Podcast mache. Das ist doch alles Leben für mich. So, für mich wäre das unglaublich schlimm, wenn ich sage, oh ja, das ist jetzt Work. Das heißt, jetzt lebe ich gerade irgendwie nicht. Jetzt bin ich nicht Torben. Jetzt habe ich gerade keinen Spaß. Und später lebe ich dafür stärker. Ich will das gar nicht separieren. Ich will einfach, solange es geht, leben. Und nicht irgendwie sagen, ja, aber die Hälfte der Zeit war ja Work. Das finde ich weird. Es wird sowieso in deinem Kopf sein. Wenn du dich selbstständig machst, dann denkst du an fast nichts anderes. Ich will dir da jetzt gar nicht irgendwie einen erzählen. Das ist hier immer brutal ehrlich. Ich denke fast die ganze Zeit an irgendwelche Projekte. Und nicht, weil ich unbedingt das Geld brauche oder so, sondern weil es mich halt erfüllt. So, ein Unternehmer ist halt eine Entscheidung, die man nicht trifft, wenn man sagt, ich möchte irgendwann in Rente gehen. So, das ist genau so ein Konzept, was für mich nicht funktioniert. Weil, stell dir mal vor, mein Opa beispielsweise. Mein Opa hat auf dem Bau gearbeitet. So, der hat unter anderem mein Kindheitshaus, also mein Elternhaus gebaut mit meinem Dad zusammen. Und mit 65 ist er in Rente gegangen. Weißt du, wie alt mein Opa geworden ist? 68. Mein Opa war drei Jahre in Rente. Hatte einen Buckel und konnte sich kaum noch bewegen. Hat er jetzt sein ganzes Leben auf dem Bau gearbeitet für die drei Jahre Rente, die er nicht mehr genießen konnte? Das Konzept funktioniert für mich genauso wenig. Mittlerweile gehen Leute mit 67 in Rente, je nachdem, was deine Arbeit war, in welchem Zustand willst du sein und wie viel Life hast du denn dann? Deshalb, für mich persönlich gibt es diese drei Konzepte nicht. So, ich will, dass jeder Tag sich so anfühlt, als wenn ich für das arbeite, was mir Spaß macht. Und du wirst nicht Unternehmer, um zu retiren oder in Rente zu gehen. Glaub mir, das ist auch was, was sehr wahrscheinlich nicht passieren wird, weil du hast das so im Blut. Viele Leute sagen, ein Unternehmer stirbt in dem Moment, wo er aufhört zu arbeiten. Und jetzt die letzten beiden. Nummer sechs. Es gibt keine Garantie. Wie oft lese ich eine Nachricht wie, also kannst du mir garantieren, dass wenn ich jetzt bei euch die Social Media Masterclass mache, ich dann auch 100.000 Follower bei YouTube aufbaue? Nein. Und kannst du mir jetzt garantieren, dass wenn ich mit Dropshipping starte, ich in meinem ersten Nein, ich nicht und kein anderer kann das. Nicht mal du kannst das, weil es so viele Variablen gibt. Stell dir vor, du willst das unbedingt und du machst alles und du bist krank. Ich wünsche es niemandem, aber es kann passieren. Ich will ja den Punkt auch nicht länger machen, als er ist. Der Punkt heißt, es gibt keine Garantie. Und der Inhalt ist, es gibt keine Garantie von niemandem für niemandem. Und der letzte Punkt ist der. Es wird ein einsamer Weg. Und da will ich dir nichts vormachen. Schau mal. Ich selber bin ja jemand, der offen darüber spricht, Schulzeit komplett gemobbt. Dann so ein bisschen Turnaround gemacht, Studium. Ich will jetzt nicht sagen, ich war da super beliebt oder so, aber ich hatte schon einen größeren Freundeskreis. Man ist irgendwie mittwochs, Freitag, Samstag feiern gegangen. Ich habe, glaube ich, drei Beziehungen gehabt während meines Studiums. Ich habe sogar mal mit einer Frau anderthalb Jahre zusammengelebt. Dann habe ich halt mit 27 gesagt, ja, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und die sind halt alle weggezogen, weil die haben ja alle mit mir Lehramt studiert. So, und kaum jemand hat in Oldenburg, da in Niedersachsen, sein Referendariat gemacht. Und dann waren die halt irgendwo verstreit in Deutschland. Ich bin heute noch in einer Gruppe mit drei Mädels, mit denen ich Germanistik studiert habe. Grüße gehen raus, Franzi, Olga, Tien. Und dann, die haben wirklich diesen Weg weitergegangen, sind super happy, Lehrerin geworden. Und ich war aber, wie gesagt, der letzte Zurückgebliebene da in Oldenburg. Also zurückgeblieben, nicht im Kopf, sondern örtlich. Und das war sowieso etwas, wo ich erstmal mit klarkommen musste. So, du hast niemanden mehr mit, den du Kaffee trinken kannst und so weiter. So, jetzt fange ich also an, mein Business aufzubauen. Und natürlich lernst du Leute kennen, die irgendwo so Überschneidungen haben. So ein bisschen so ticken wie du. Und ich habe immer gedacht, irgendwann habe ich so einen, so einen Body forever, mit dem ich so voll durchziehe. Habe ich nie gefunden, weil jeder Mensch unterschiedlich ist. Man hat vielleicht zusammen auch ein Business, aber trotzdem hat jeder nochmal so einen eigenen Duktus, einen eigenen Vibe, eigene Geschmäcker. Der eine will Familie, der eine will Freundin, der eine will nur hustlen. Und wenn du halt Leute in deinem Umkreis hast, das ist einfach nur das, was ich für mich so gemerkt habe. Indem du so erklärst, was du machst. Und hey, beispielsweise ich habe kein Wochenende, weil meistens ist das Wochenende, viel Dreh. Und dann schreibe ich mit den Leuten, bin für die da. Und andere Leute haben das aber. Da bekomme ich ab Freitagabend, kommen immer Nachrichten. Ah, was geht bei dir heute? Das machst du am Wochenende und so weiter. Und je mehr du von diesen Nachrichten bekommst, da kommt dann oft so ein Unverständnis. Hä, ist es Sonntag? Chill mal ein bisschen. Und ich denke mir so, du, ich chill lieber morgen. Am Montag? Nee, Montagmorgen, 8 Uhr geht es hier los. Sag ja, bei mir nicht. Ich chill lieber Montag als Sonntag, weil Sonntag ist mein wichtigster Tag. Und am Anfang ist das immer ein Protection-Mechanismus. Also Leute versuchen dich ja, ich erkläre das immer gerne so. Du bist mit einem Freundeskreis, ihr seid fünf Leute. Und ihr seid so auf einer Wellenlänge. Und jetzt bewegst du dich davon weg. So die anderen vier versuchen dich erstmal zurückzuholen. Nicht, weil sie dir nicht gönnen, dass du dich gerade weiterentwickelst oder dich fortbewegst oder so. Sondern weil sie sagen, hey, bleib mal bei der Gruppe. Und das ist ganz normal, dass Leute dann sagen, hey, warum kommst du nicht mehr mitfeiern? Oder was ist denn jetzt los bei dir? Du denkst jetzt, bist du was Besseres. Aber irgendwann hast du dich halt getrennt. Und dann kann es halt sein, dass die vier aus diesem, wir wollen dich zurückholen, dann auf einmal so ein, ja, dann bleib doch da, wo du bist. Und dann schwenkt das ein bisschen um, diese Emotion. Weil sie dich in ihren Augen nicht geräten konnten. Und ich habe halt gemerkt, dass kurz über lang, das oftmals so ist, deshalb ist meine Regel, tausch alle deine Fake Friends ein für einen richtigen. Zwei, drei. Aber du brauchst nicht mehr als eine Handvoll Menschen um dich herum. Du brauchst nicht mehr als eine Handvoll Menschen. Du musst nicht am Tag mit 100 Leuten schreiben. Du musst nicht auf 100 Geburtstage gehen. Du musst, und das ist wieder so ein bisschen der Rahmen für Punkt Nummer 1, wissen, was du willst. Und wenn du bei bestimmten Punkten Schnittmengen hast mit jemandem, mach ein Team. Wie ich zum Beispiel mit Chris, wie die Videos hier machen, mit Matthias zusammen TPA. Aber Matthias macht keine Videos. Die mache ich halt mit Chris. Und Chris macht halt kein TPA, also keine Agentur. Also ist da Matthias. Und ich habe halt mein Ding. Und so hat jeder so sein Ding und das ist völlig in Ordnung. Aber du wirst sehen, es ist nicht so einfach jemand, der voll für seine Passion versus jemand, der diese klare Work-Life-Balance haben will, Wochenende, Arbeitsvertrag, Urlaub. Das kommt sehr, sehr oft. Zumindest bei mir, ihr könnt mir gerne sagen, wie es bei euch ist, aber führt sehr oft zu Problemen, wo man sich dann selber so denkt, will ich das? Und meine Antwort darauf ist nein. Ich will keine Energiewampire, deshalb bin ich sehr froh, dass dieser Podcast so gut läuft. Kommt gerne in die WhatsApp-Broadcast-Gruppe. Da sind viele Gleichgesinnte. Und ich freue mich einfach über eine Community, über einen genialen Austausch. Aber bottom line sind das meine sieben Punkte. In dem Sinne, habt einen schönen Tag, Leute. Der Doppelte ist leer. Bei mir geht es jetzt weiter. Wir drehen jetzt gleich. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt drehen. Aber checkt bei YouTube nochmal das Video aus. Ist auch gut.